Was ist der Bedingungsalo? Der Bedingungsalo ist schon auch ein sehr spezielles Event, weil es sehr schick gemacht worden ist und sehr entspannt. Es ist schon ein bisschen so exklusiver, aber trotzdem aus einer entspannten Art. Wir haben sehr viele Leute kennengelernt und einfach auch getroffen, wichtige Leute aus der Presse und auch von Shops, also Einkäufern, die dort waren und die hier waren. Und es war auch sehr interessant für uns und wichtig. Der Austausch mit anderen Designern hier, die jetzt hier auch stattgefunden haben, ist immer gut, sowieso in Berlin. Also wir haben total viele befreundete Designer auch unter denen, die auch hier ausgestellt haben. Insofern ist es schön, dass man irgendwie alle so gebündelt zusammen hat, aber eben nicht in diesem strengen Messekontext, den man sonst hat. Für uns war der Tag heute sehr schön. Wir haben ein Outfit aus unserer Kollektion gezeigt und eine Model. Und sonst so ein bisschen, eigentlich wie so eine kleine Preview auf unsere Show morgen hier in dem gleichen Gebäude gezeigt. Und ja, wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Mhm. 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 Mhm.